Ah, ist wieder Winterzeit, ziemlich kalt geworden, aber ich hab da was für euch. Wir gehen rein, wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Alles, was es gibt, so nice, bisschen Alge mit dabei. Wir gehen rein, wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Probier ein, probier zwei, bisschen Alge mit dabei. Direkt vom Angelcamp auf den Schlitten, der König lässt sich nicht lange bitten. Ja, es grenzt schon an Zauberei, was passiert in der Glühweinbrauerei? Ich freu mich auf den heiligen Abend, denn dieses Jahr ist die Bescherung im Glas drin. Für alle, die noch keinen zuhause haben, kommt einfach zum König von Kaufland. So Jungs, was ist jetzt? Willst du hier ne Mülltonne anzünden oder gehen wir rein? Let's go! Wir gehen rein, wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Alles, was es gibt, so nice, bisschen Alge mit dabei. Wir gehen rein, wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Probier ein, probier zwei, bisschen Alge mit dabei. Viele Fragen, lohnt das auch? Klar, ein Schluck und du hast ne Krone auf. Aus dem Internet ins Kauflandregal. Alge, Alge gibt es bald in allen Farben. Ja, der König scheut keine Mühen. Ich bring für euch sogar den Wein zum Glühen. Um willst du probieren von dem Elixier, dann kommt vorbei, denn den gibt es nur hier. Wir gehen rein, wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Alles, was es gibt, so nice, bisschen Alge mit dabei. Wir gehen rein, wir gehen rein in die Glühweinbrauerei. Probier ein, probier zwei, bisschen Alge mit dabei. Yeah, an alle meine Alge-Leute. Frohe Weihnachten. Ab sofort gibt es meinen Alge-Glühwein überall bei Kaufland. Also rein in die Filialen mit euch.